Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa uftarussalat wa tammu taslima ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ahlihi wa Ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfauna wa anfa'na bima allamtana wa zitna ilman ya akram al-akramin, amma ba'd. Wir sind mit dem Buch Al-Arabiyyatu Baina Yadayk, Al-Wahdatu Sadisa, As-Sala. Das Gebet. Modul 6, Lektion 46. Al-Arab, die Präsentation und Al-Hewaru al-Awwal, Unzur, Was-Tami'a wa A'id. Hörer, Schauer und Hörer und Wiederholer. Ich werde als erstes den Text lesen und danach können wir gegenseitig oder können wir zusammen einen Dialog machen. Sayyid. Ahsan. Mustafa, Aina Tussalli Salawat al-Khams. Wo betest du? Als erstes lese ich das. Aber kannst du mir das auf Deutsch sagen? Weißt du, was heißt Aina Tussalli Salawat al-Khams? Auf Deutsch? Heißt, wo betest du die fünf Gebete? Ahsan. Okay, jetzt Faisal sagt, Usalli al-Zuhra wal-Asra wal-Maghriba wal-Ishaa'a fi Masjidi Bilal. Was heißt das? Ich bete al-Zuhur wal-Asra wal-Maghriba wal-Ishaa'a in Masjid Bilal. Ahsan. Also ich bete das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, Abendgebet und Nachtgebet in der Bilal-Moschee. Okay. Jetzt Mustafa, Aina Tussalli al-Fajr. Was heißt das? Und wo betest du Fajr? Und das. Wo betest du das Morgengebet? Usay? Sagt, Usalli al-Fajr al-Fajr al-Bait. Ich bete. Wie heißt das nochmal? Morgengebet? Ich bete morgen mit Gebet in Haus. Zu Hause, Masjah Allah. Okay. Jetzt Mustafa sagt, Warum betest du das Morgengebet zu Hause? Warum betest du das Morgengebet zu Hause? Und Usay? Ich bete. La asma'u al-Azhan. Jetzt hat der Azan nicht gehört. Ahsan. Er hat den Azan nicht. Genau. Mustafa, هل تستيقظ متأخرا? Bitte. Stehst du spät auf? Naam. Wasst du? Und Usay? Naam. Baada salat al-Fajr. Ja. In Gebet. Morgengebet. Was heißt Baada? Nach. Genau. Nach dem Morgengebet. Okay. Al-An Mustafa. Estaiqizu mubakiran. Au, Estaiqizu. Me leid? Mein Handy ist ein bisschen klein. Estaiqizu mubakiran. Was heißt das? Ja. Wachst du früh auf? La as-tati'u. A'amalu fil-Layl. Es war nicht viel. Es hab in Nacht gearbeitet. Okay. Also, la as-tati'u. Ich kann nicht. A'amalu. Ich bete nachts. Toib. Al-An Mustafa. Mda'i l-munabbiha bi-janibika. Mach den Uweka neben dir. Moment las. Usay yaquil. Hadihi fikratun tayyiba. Jazakallahu khayran. Was ist eine gute Idee? Was ist andere? Jazakallahu khayran heißt, möge Allah dich weisen, dich belohnen. Möge Allah dich weisen, dich belohnen. Mashallah. Natürlich hier zum Beispiel kannst du dir etwas merken, weil es gibt einige Menschen. Das, was die Menschen sagen, ist kein Problem. Also einige sagen zum Beispiel, Jazakallahu khayran. Also möge dich Allah tausendmal belohnen. Dass du das sagst, ist kein Problem. Aber wenn du khayran sagst, dann hast du es unbekannt gemacht. Also du hast es so viel gemacht, dass man das nicht sehen kann. Hast du den Unterschied verstanden? Ja. Okay. Mashallah. Jetzt wiederholen wir nochmal den Dialog. Aina tu solli salawat il-chams? Sali al-duhre wal-asra wal-mahribe wal-ay-shahe. Naat, musst du es übelet? Ja, ich beseit. Nuh lez. Und solli al-duhre wal-asra wal-mahribe wal-ay-shahe. Ich werde in der Masjid-Bilal In der Masjid-Bilal Ich werde das mal In der Masjid-Bilal Die Masjid-Bilal Das ist gut Das ist gut Warum soll die Aufwärmste? Ich gehe diesen Fögel vor. Warum soll die Aufwärmste? Ich gehe diese Aufwärmste. Ich gehe diesen Fögel vor. Kau, wenn Sie mich değil, erst du einen Bewegen? Nein, es ist offen. استيقظ مبكرا لا أستطيع أعمل في الليل انضع المنبهة بجانبك هذه فقلة الطيبة جزاك الله الخير ما شاء الله أحسن طيب الآن الصفحة التالية لدينا المفردات العرض انظر واستمع وأعد هل تستطيع قراءة الكلمة ما هو مكتوب هنا ماذا الظهر ماشاء هل تستطيع أن تكون جملة مع الكلمة هل تستطيع قراءة؟ 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 Warum? Weil das eine Eigenschaft ist. Okay, wenn du zum Beispiel eins sagen würdest, dann sagst du Kannst du mir einen Satz sagen? Kannst du mir einen Satz sagen? Was? Ich bin einer Schlag. Das ist gut. Also, in der Schweiz? Ich bin einer Schlag in der Stadt. Das ist gut. Wenn du das? Ich bin einer Schlag. Ich bin einer Schlag. In der Masjid. 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 Okay. Wadda. Heldarifu. Kalimat Wadda. Setze die Maske. Genau. Setzen. Oder legen. Kannst du einen Satz machen? Kauen Jumla. Mal Kalimat Wadda. An Wadda. An Wadda. An Wadda. Karib. Ganz nah. Wadda ist in der Vergangenheit. Wenn ich in der Gegenwart ich lege sage. Was sage ich dann? Wadda. Erdraung. Du musst den Elf hinzukriegen am Anfang. Und der Wau geht weg. Deswegen sagst du dann Erdraung. Wenn ich sage Du legst. Was sage ich? Tadaru. Ahsend. Er legt. Yadaru. Ahsend. Er, äh, Du, aber weiblich. Tadarin. Womtas. Tadarin. Tadarin. Jumla. Tadarin. 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 So, jetzt يسمعو آذان الفجري, حسنت. الآن يعملو. ما معنى يعملو? يعلمو. يعملو. Nicht يعلمو. يعملو. نعم. يعملو في المشتفشة. ممتاز. يعملو ستعبًا. يعملو. يعملو يعملو. يعملو الفجري. يعملو. ز clauses. يجمعو أص royal المشتفشة. Ja. 4. 7. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 15. 16. 15. 16. Wie geht es Ihnen? Beantwortet die Fragen, kurz gefasst. Was ist die 5-Jahre? Die 5-Jahre, die 5-Jahre, die 5-Jahre und die 5-Jahre und die 5-Jahre und die 5-Jahre und die 5-Jahre. Was ist die Frage? Die 5-Jahre und die 5-Jahre und die 5-Jahre und die 5-Jahre und die 3-Jahre und die 5-Jahre. Amômen? 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 R. 3. Mاذا يصلي في البيت فجرة نعم يصلي الفجرة في البيت R. 4. لماذا يصلي الفجرة في البيت لا يسمع الأذان أحسنت هاتين أذان R. 5. من يستيقظ بعد سؤالات الفجر وصي وصي يستيقظ بعد سؤالات الفجر طيب لماذا يعمل في الليل أحسنت ويعمل في الليل رقم 7. من يضع المنبه بجانبه قصي يضع منبه بجانبه بجانبه جانبه أحسنت قصي لك تنذكر نيمز رقم 8 أين تصلي أنت الصلوات الخمس في البيت أحسنت أحسنت